Meine Damen und Herren, Sie sind dabei, eine weitere Folge, die zwei, Folge 220, eine sehr schöne Zahl, oder? 220, das zweimal Polizei rufen. Genau das hatte ich auch im Kopf, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch eben. Die zwei, 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 null, das ist die Zahl, die man wählen muss, um uns zu erreichen vielleicht, das ist auch, die zwei, 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 null, ich finde, das könnte man einfühlen. Dass es praktisch wie so einen Notruf gibt, direkt schalte in, 555 Schuh, zwei, 552 Schuh? Nee, 552 oder 220, ach egal, ist doch albern hier, völlig albern starten wir in diese Folge, wird wahrscheinlich hier unten stehen. Du, wir sind die Einzigen, die Starfield jetzt nur so halb geil finden, also so, ne, also. Nein, das stimmt nicht, die Einzigen, die das nur halb geil finden, wäre ja gerade. Ich spiele damit an auf das Werbefoto, was es jetzt gibt von Starfield, wo sie eine Million und fünf Bewertungen sozusagen da so draufpappen und ein Masterpiece und Instant History und sowas, weißt du, hast du das gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Also 100, da sind bestimmt 100, ähm, so Bewertungen drauf von irgendwelchen Spiele, Magazinen, Channeln und sowas. Alle 10 von 10. Ja, das ist, das ist ja, das ist so eine typische Werbung. Was flackert bei dir so im Bild? Ich sehe den Herrn Fleischer-Mann in seinem Zimmer. Das ist, äh, nee, das ist wahrscheinlich die Kamera, die den Ausgleich versucht zu machen. Achso. Ich mache jetzt hier für dich die Schale sie ein bisschen. Oh, ach der Shit, da wäre ich fast vom Studium. Nee, das fackt immer noch. Kann es der Rechner sein? Hast du nicht RGB im Rechner? Ja, aber der macht nicht bestimmt, der blinkt bestimmt nicht so. Er blinkt nicht, weil da wird es ja... Nee, nee, hier blinkt gar nichts bei mir. Okay, dann sieht das nur so aus. Ja. Ja, da musst du jetzt einfach kurz, kurz durch. Du musst mich heute durch diese Folge tragen, weil ich gerade von der... Ich? Ja, weil ich fertig. Du bist ja das blühende Leben. Ja, aber ich meine, nur weil ich das im Frühjahr aufgehört habe zur Arbeit, heißt das nicht, dass ich genauso lange gearbeitet habe. Und extrem komplizierte Sachverhalte gelöst habe. Ja. Nee, du hast ja jetzt... Nee, Moment mal, du bist doch jetzt Model. Nein, das ist ja eine andere Nummer. Achso. Das ist ja eine andere Nummer. Ich dachte jetzt, du machst nichts mehr außer Fotos. Kann auch sein, dass man mein Gesicht bald auf dem LKW sieht und so. Das wäre krass. Das wäre echt krass. Also für mich. Weil dann würde ich nochmal zu meinem Chef gehen, also... Noch ein bisschen mehr verlangen. Heute wurde das offiziell vorgestellt, also nur für die Firma, also für die, ich sage jetzt nicht zu welcher Firma, aber ich habe halt ein Fotoshooting gemacht. Hatte ich ja erwähnt hier, glaube ich, auch im Podcast, ne? Du hast drüber gesprochen, ja. Ja, genau, genau. Und die Fotos sind jetzt gekommen. Ich habe mir das gezeigt, mir ist total verschossen. Absolut. Nein, also jetzt mal ohne Flax, es ist einfach ein supergeiles Bild. Es ist dieses typische Fleischhammerlachen, was ich ja schon mal sagte, als du angefangen hast zu streamen, weißt du, wo du dein Gesicht auf das gezeigt hast. Und das Ganze nochmal Photoshop durchgejagt, aber nicht so, dass es irgendwie komisch wirkt, sondern eher so, es wirkt so, das ist so... Fast gezeichnet, hätte ich gesagt. Genau, gezeichnet, so plastisch, so wie gemalt sieht das so ein bisschen aus. Also die haben das alles so ein bisschen überzeichnet, die Zähne sind halt ein bisschen weißer, die Locken sitzen noch ein bisschen besser und so ein Kram. Aber es sieht wirklich gut aus, ein gutes Lachen. Ja. Ja. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen und ihr werdet es wahrscheinlich auch nicht sehen. Das werden wir sehen, sage ich jetzt mal. Weil wirklich, tatsächlich ist es so, dass das für, also es wird für eine Werbekampagne benutzt, allerdings, also meines Wissens nach nur auf der Webseite der Firma, um Leute zu locken, die sich bewerben wollen. Also für so Recruiting-Maßnahmen ist das so im Endeffekt. Und ja, aber vielleicht bin ich ja auch wirklich weit auf dem LKW, das wäre lustig. Da bin ich sehr gespannt. Das wurde nochmal verändert, ja. Ah, ja, blau ist doch super. Absolut, alles gut, das glaube ich soll die Farbe sein, die dann langfristig als... Die Firma repräsentiert, ah, okay. Und ich hatte noch ein altes. Ist ja auch egal. Das sieht ja super aus. Ja, für mich auch. Türkis ist das, ne? Cooles, Türkis genau, ist nicht blau, ja. Ein cooles Foto auf jeden Fall. Ja. Und was, 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 ähm, haben sie dir angeboten dafür? Mehr Gehalt? Mhm. Kosten und Logie? Das war so eher, ich hab ja, ich hab ja gerade mal in dem Moment anderthalb Monate gearbeitet. Nicht mal. Und dann, ja, Herr Frescher, Sie sind doch, also Sie sind ja auch ein Hübscher, also wir würden Sie nehmen wollen. Und da ich so eine Gelegenheit einfach nicht auslasse, sage ich... Aus meiner Alternative. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Er hatte vorher einen anderen gefragt, sonst nicht, und er wollte nicht. Mhm. Aber ist ja schon so, dass ich ja gerade erst dabei bin. Und, ähm, das ist ja so eine, eigentlich, diese Entscheidung zu treffen, so ein Foto, langfristige Werbekampagne, äh, mit jemandem zu machen, der gerade erst so frisch dabei ist, ähm, ist natürlich... Ja, so Risiko, ne? Kann ja auch sein, dass ich morgen schon wieder weg bin. Sag jetzt mal. Du siehst extrem jung aus auf dem Bild, finde ich. Aber das liegt natürlich auch an der Retusche und so weiter, dass da auch so ein bisschen glatt gebügelt ist. Ich seh da auch, äh, ich seh da auch, naja gut, Falten, ja, extrem jung. Nee, also, finde ich schon, also, das hat jetzt nichts mit zu tun, dass sich das Bild mit dir unterscheidet, also, wie du aussiehst, das meine ich jetzt weniger, aber es ist so, es wirkt so frisch, weißt du, das ist mir so sofort aufgefallen. Aber es liegt natürlich auch an den Farben, das passt halt alles sehr gut, ja. Jetzt reden wir ganz lange über ein Foto, was ihr... Ja, was die gar nicht sehen, ja, stimmt, das sollten wir lassen jetzt. Ja. Neues Thema. Bei Onlyfans könnt ihr das komplett sehen, auch untenrum. Aber 5,99 im Monat. Ja. Kostet das so viel? Ich hab keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Naja, das nächste Mal. Ich hab's jetzt einfach... Nee, das ist eigentlich teurer, viel teurer, locker teurer. Ja, das kann man bestimmt selber bestimmen. Locker 6. 599. Mark. 599. Da, 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 Mark. Mark. Mit gerolltem R finde ich gut. Machen wir jetzt auch. Mark. Ja, aber für uns ist jetzt so ein bisschen das Thema, wir haben uns am Sonntag erst gesehen, heute ist wieder Donnerstag, das heißt, wir hatten gerade mal 3 Tage, 4 Tage, ja gut, mit den Themen halt, weiß man... Nein, jetzt lass dich doch nicht von mir unterbrechen, jetzt zieh doch immer durch. Naja, das machen wir doch ständig, ich unterbreche dich, du mich und das ist unser Konzept. Also Donnerstag, wir hatten letzte Folge Samstag, Sonntag. Sonntag, Abend, ja, sehr spät. Auch eine gute Folge, fand ich. So, das war's, mein Kopf ist leer. Keiner hat was zu deinem Blowjob-Vergleich gesagt, also... Ja, das stimmt. Das war schon sehr interessant. Vor einer Folge hat er zu mir gesagt, hat keiner was gesagt. Ja, die haben bestimmt drüber allen weggeschaut. Man probiert ja immer so den Bait aus, weißt du, so in 7 Days vergisst man mal schnell das Medipack, da und das. Und die Federn? Und die Federn sortiert man nicht aus und dann... Ah, ich verstehe nicht, warum du das mit... Ich hab mich dabei ertappt, dass ich meinen Bildschirm anschreie. und schenk mal, siehst du, Plan aufgegangen. Da ist der Punkt. Polarisieren. Nee, nee, polarisieren. Wow. Gab doch von Ultralativ, gab es doch so ein Video. Ja. Über Schreibfehler oder Aussprachen in Worten und so weiter, was... Nee, heißt nicht. Ja, ja, das ist eine Methode, um Interaktionen in Videos zu kreieren. Also, ist jetzt mal Spaß beiseite, ist natürlich nicht bei mir, sondern ich bin wirklich so hart verpeilt. Oh ja, genau, genau. Aber es gibt es als Methode, in einem Video eine Behauptung aufzustellen und so weiter. Gerade bei Twitter aktuell, sei es jetzt X, Entschuldigung, seit man seine Tweets monetarisieren kann und kriegt für Interaktion Geld. What? Das hat Leute, die, ja, ja, die zum Beispiel auch bei Starfield behauptet haben, der, der Cole heißt der, ne, der Cowboy. Ja. Ja. Hm. Ähm, glaube ich. Ähm, der wäre doch straight und das kann ja nicht sein, weil mit dem auch eine Liebschaft anfangen kann. Ja. Und so weiter. Und das als provokant, also ein bisschen provozierend, er versteht nicht, warum er einen bisexuellen Cowboy-Dart spielt oder dass dieser Charakter ja bisexuell wäre, äh, nicht bisexuell wäre. Also, und, und das, und drunter haben dann die Fans geschrieben, nee, es ist so, das ist so angelegt, der ist einfach so angelegt. Also, der hat ja sozusagen Kommentare hervorgerufen und dafür kriegt er dann Geld, oder? Genau, und das wollte ich jetzt darauf hinaus, dadurch, dass du jetzt Geld für Interaktionen kriegst, gibt es halt Leute, die damit Geld machen, weil sie einfach Sachen ins Netz stellen, was. Einfach behaupten. Behaupten, sozusagen. Und damit es Provokationen gibt und Reaktionen und die Leute damit Geld machen. Wow. Also, jetzt im Fall von X ist es so, dass du darauf Reactions kriegst und für den YouTuber wäre es ja dann zum Beispiel die Interaktion, das besser gesehene Video. Ja, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es einen kleinen YouTuber, der irgendwie, ne, 100 Abonnenten hat und da, die das gucken, dass das jetzt einen großen Impact hätte. Je nachdem, wie provokant man vielleicht ist dann in dem Video. Aber ich glaube, in... Aber das ist doch schlecht, das ist doch der schon wieder, wir gehen doch genau in die falsche Richtung dann in dem Moment, oder? Wenn man jetzt Geld dafür kriegt, dass es, dass es Interaktionen gibt, bedeutet, es gibt Leute, es wird Leute geben, die unbedingt Interaktionen hervorrufen möchten und dann, wie du schon sagst, wird halt Quatsch behauptet. Ja, oder, 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 ja, dann wird halt Quatsch behauptet. Und von mir aus aber, da bist du auf die Spitze getrieben, der eine lacht sich tot, die anderen kotzen, weil der da sowas schreibt und der, der sich totlacht, kriegt auch noch Geld dafür? Weiß ich nicht. Also, so habe ich es verstanden. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert oder wie viele Klicks, Interaktionen man dort Geld ausgezahlt kriegt bei X. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, aber ich habe das nur irgendwie gehört, dass das so wäre, dass jetzt X halt geflutet wird mit solchen kontroversen Aussagen, damit halt da möglichst Interaktion entsteht. Was ich noch sagen wollte, es könnte übrigens sein, dass zwischendurch mal klingelt, Getränke werden noch geliefert. Das ist auch krass, ne? Bis 22 Uhr. Ja. Großstadt. Das ist schwierig. Ja, es ist seit Corinna ja so aktiv war, was bei uns der Punkt, wo jetzt in dem Fall Flaschenpost an den Start ging und Getränke geliefert hat. Und das hat dazu geführt, dass wir gerne in Glasflaschen bestellen alles, weil es einfach länger kühl hält und meines Erachtens wahrscheinlich auch hygienischer ist in Form von, dass es die Möglichkeit zumindest nicht gibt, dass irgendwelche Schwebstoffe da ausgelöst werden, maximal von der Dichtung im Deckel. Aber soweit denke ich nicht. Also für uns ist es einfach nur das Kühlen vom Getränk. Wenn so eine Glasflasche durchgekühlt auf dem Tisch steht, hält die einfach länger kalt. Stimmt wohl. Und das Schleppen von Glaskästen als unsportlicher Zocker. Ja. Nee, das ist einfach praktisch. Super praktisch. Wir lassen uns alle möglichen Getränke, das ist zwar ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht wesentlich. Das ist jetzt kein unverschämter Mehrpreis. Ja. Jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema gekommen, da wollte ich gerade erzählen. Ja, ich habe gerade überlegt, was ich jetzt dazu sagen kann. Ja. Fake News. Es wird gar keine Getränke geliefert. Richtig. Es gibt nichts zu trinken. Nee. Glasflaschen sind auch nur hartes Plastik. Sehr hartes Plastik, ja. Sehr hartes Plastik. Ja. Du kannst ja die Tweets von D2 vielleicht monetarisieren und dann können wir hier immer Quatsch erzählen. Und dann machen wir das ein bisschen anders, weißt du? Das ist doch mal eine Idee. Also... Dann wüssten wir ja auch. Dann können wir ja wirklich nächste Folge reden mal wieder über gemischtes Hack oder so. Also ich glaube, dass die Interaktion, das hat so ein Tweet, 831 Impressionen. Das heißt, 831 Leute haben darüber weggescrollt. Über unseren durchschnittlichen... Über den letzten, die Folge 219, die am Montag angekündigt worden ist, haben 830 Leute geklickt. Ich weiß nicht, ob ich hier noch weiter runterscrollen kann. Nee, kann ich nicht. Weil ich jetzt hier gerade was vorbereitet habe. Weiß ich nicht, ob das überhaupt relevant ist. Also wenn man jetzt von YouTube ausgeht und da gibt es ja die TKP, also Tausender Kontaktpreis. Tausend Leute müssen klicken. Was kriegst du an Geld? Eine Mark. Ja, es kommt drauf an. Ja, kann auch mehr sein, aber... Zwei Mark. Ja, es ist auf jeden Fall wenig. Also wenn du überlegst, wie viele Tausende klicken müssen, damit das überhaupt Geld bringt. Nee, stimmt. Ein bisschen mehr ist es aber. Es kommt immer drauf an, wenn du Spiele machst, wie Videospiele, was wir machen, so zocken und so weiter, dann ist es ein bisschen besser bezahlt. Aber ich glaube, wenn es so informative Sachen sind oder politisch News oder solche Sachen, diese Dinger sind auf jeden Fall schlechter bezahlt. Also es gibt schon einen Unterschied im Thema, was dort gezeigt wird. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel zeige oder aufnehme, dann sind potenziell ja auch viele Jugendliche da und die sind vielleicht noch nicht so gefestigt in ihrer Kaufkraft, wie man das nennen mag, weißt du, leicht beeinflussbar. Eben. Ja. Habe ich da gerade den neuen Genergy-Drink von Monte gesehen, dann muss ich bestellen. Digga. Nee. Sagt man wahrscheinlich auch nicht mehr. Okay, aber das ist auch... Genergy? What? Ja, aber das machen noch viele große, denke ich. Der hundertste, äh, 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 Energy-Drink? Ich meine, ist das nicht ein bisschen langweilig? Capital Bra mit seinem Eistee-Sorten und selbst kleine, ähm, unter Fenner-Liefen-Streamer und Streamerinnen machen Kooperationen mit, wie heißt dieser komische Energy-Pulver, was irgendwie jetzt überhaupt... Das Pulver, ja, das Pulver, da hatten die bei mir auch angefragt, weiß ich nicht mehr. Aber in seinen eigenen zu machen, das ist sowieso dieser, dieser Punkt, wo ich mich frage, das kann ja nur ein Cash-Grab sein, weil das ja eigentlich nichts langfristiges. Wenn du Market... Nee, 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 nee. Also sehe ich, also ich sehe es ganz anders, weil eine Direktvermarktung von einem eigenen Produkt und nicht einfach nur den x-ten, wo jeder verwelbt, ist doch was anderes, als wenn du, keine Ahnung, wie heißen die alle... Ja, aber warum Energy-Drinks? Das ist mein Punkt. Nee, seins ist ja eine Limo, ganz normal, ist ja kein Energy-Drink. Gönnergy ist eine Limo? Ist das ein Energy-Drink? Ich habe das als Limo interpretiert, das kann sein, dass ein Energy... Das klingt halt nach... Ist für mich, ist für mich, ist für mich unrelevant jetzt vom Thema. Ich finde einfach nur, dass wenn du es selber vermarktest, dein eigenes Zeug, hast du noch ganz andere Handhabe. Ah, in Marge, auch in Bestimmung, was drin ist. Wenn ich jetzt als Streamer XY irgendwie anfange, im Pulver was 100 andere vermarkten, ist ein Energy-Drink, zu vermarkten, dann ist es doch irrelevant. Weißt du, was ich meine? Also, das kriegst du nur da und er hat die Rechte dafür. Ich glaube, dass es langfristig der richtige Weg ist. Ich meine, das machen doch alle ganz großen so... Ob so Fitnessleute sind denn irgendwelche... Markus Ruhl und so weiter. Ja, die machen so Supplements, so... Genau, oder... Ergänzungsmittel. Eiweißpulver mit... Oder weißt du, solche Dinge. Genau. Oder sei es Klamotten halt irgendwie hochwertige. Wie so ein JLP-Performance, der halt einfach nur hochwertige Klamotten... Aber die sind halt wirklich von ihm produziert. Das ist halt nicht... Das wäre noch was anderes, da bin ich ja noch bei. Also, da verstehe ich noch eher so T-Shirts mit Logo oder eigenem Design oder hier und da. Aber warum denn fucking Energy-Drink? Das ist halt meine... Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht, weil die Marge extrem hoch ist, gehe ich mal davon aus. Das kannst du haben. Was kostet denn ein bisschen Geschmack und Kohlensäure? Das kannst du haben, ja. Das Teuerste ist, glaube ich, eh die Verpackung, die Dose pressen zu lassen, die Dose verschicken. Also, ich glaube, der Inhalt von so einem... Also, von vielen Sachen auch, Limo allgemein, ob eine Cola... Ich habe hier einen Kasten... Cola kostet mittlerweile knapp 15 Euro hier, wenn er geliefert wird. Das hat mal 11 oder 11, 9, 12, 9, 90 oder irgendwie sowas. Also, oder im Angebot mal 8 Euro, 9 Euro. Ich finde die... Also, ich glaube, dass die Margen extrem hoch sind bei dem Kram. Und wenn die jetzt noch mit deinem Pandemie, weißt du, so wie... Wo überall Preise steigen, ist es ja nicht verwerflich, als Hersteller seine eigenen Preise zu erhöhen. Weil im Zweifelsfall muss der ja auch mehr Lieferkosten zahlen, wenn der das Zeug ausliefern lässt von der Spedition oder sowas. Stimmt, ja. Aber wenn so Coca-Cola kommt, dann macht wahrscheinlich jeder Spedition ein Bückling. Und sagt, hm, dürfen wir transportieren, machen wir, ja klar. Meinst du? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, die sind da schon so ein Typ Drücker. Außerdem haben hier viele andere LKWs. So Zahlungen von den letzten Drückern und... Und nee, wenn ihr das nicht günstiger macht, dann gehst du mir mal einen anderen Drücker, so, weißt du, dann denke ich. Ja, wahrscheinlich nicht. Weil die Masse einfach da ist, so. Wo sind wir heute abgebogen eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Ich überlege gerade was zwischen Kommentare provozieren und Gönnergy. Da war noch was. Du meinst das für das Protokoll, was wir aufschreiben? Ja, ja, genau. Ja, das müssen ja auch die Zuhörer mal... Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare oder... Wenn sie jetzt oft sich mal merken. Sagt's im Livestream oder wo auch immer ihr uns erreichen könnt, auf Twitter und so weiter. Schreibt doch mal, wie wichtig ist euch denn überhaupt diese Beschreibung? Weil wir, muss man schon sagen, das ist auch ein Teil der Zeit, die wir brauchen... Das ist immer noch eine halbe Stunde danach, ja. Um Stichpunkte... Beschreibung bearbeiten und nochmal dreimal hin und her überlegen, ist das jetzt die richtige Formulierung und so, ne? Das stimmt, das muss man schon sagen. Da gucken wir schon drauf, dass wir niemand provozieren bewusst. Aber wir würden schon gerne jetzt Kommentare sehen. Twitter, X... Ist auch kaum auf diesem Podcast. Also die Interaktion auf YouTube ist echt gut mittlerweile. Also wir sind da ja mal ganz klein gestartet und die Aufrufzahlen auf Spotify und Co. sind höher gewesen. Denn es hat sich geändert irgendwie so ein bisschen. Also nehmen wir jetzt die Folge vom Montag, da sind wir bei knapp 1000 Aufrufen. Ist jetzt im Vergleich zu den restlichen Videos nichts. Aber ich finde... Aber das Vergleich zu den Podcasts ist doch echt gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir können ja mal gucken. Wir haben ja einen zentralen Verteiler, die uns die... Aber die letzte ist auch 823. Alter, was ist hier los? Die gucken ja Leute zu. Hören. Gucken vielleicht auch. Also wir haben 1056 Follower auf Spotify, weil nur das kann gemessen werden. Und eine durchschnittliche Wiedergabe pro Folge von 660 Aufrufen. Also wir sind nicht wirklich relevant. 1000 Follower? Ja. Cool. Auf Spotify. Entschuldigung, ich wollte das so komisch sagen, aber das finde ich ja cool. Und durchschnittlich haben wir, wie gesagt, 660 pro Folge. Das ist für so einen Podcast überhaupt nichts. Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, dass das jetzt auch nicht für uns relevant ist, weil wir würden auch mit dem Zehntel davon hier wahrscheinlich sitzen und quatschen. Ich finde das cool. Wer kann denn sagen, dass er einen über Jahre ein... Also klar, jemand, der ein Tagebuch schreibt, ist klar. Aber so ein Typ bin ich nicht. Ich könnte mich jetzt nicht abends noch hinsetzen. Zumal ich auch gar nicht mehr Handschrift schreiben kann, weil ich eine Schrift habe, die man nicht lesen kann. Zumal ich gar nicht schreiben kann. Das schon, aber... Ich habe verlernt zu schreiben, Handschrift zu schreiben. Das ist echt schlimm. Das ist mir aufgefallen. Ich freue mich über die Autowortbildung hier bei so einem iPhone oder wie auch immer beim Telefon. Wahrscheinlich geht das überall. Wenn du tippst, dass er da oben schon dir die Worte vorschlägt und auch lernt, was du an Worten verwendest, auch Eigennamen oder Begrifflichkeiten. Ich benutze die ganz selten, die Funktion. Okay. Außer ich habe wirklich nur eine Hand. Du tippst jeden einzelnen Buchstaben? Ich tippe Buchstaben, ja. Und wenn ich weiß, wie es geschrieben wird oder es falsch geschrieben wird, dann benutze ich es. Oder ich habe nur eine Hand frei. Zu welchem Zeitpunkt auch immer. Und dann benutze ich es aber auch nur ganz selten. Und Handschrift? Ja, Handschrift habe ich auch eine Kacke. Also eine Kack-Handschrift, so rum. Also meine Handschrift ist Kacke. Aber ich benutze sie, weil ich jeden Tag so Notizen schreibe. Weißt du, ich habe mir irgendwann angewöhnt, für meinen Tagesablauf morgens einen Zettel zu schreiben, was sozusagen heute wichtig ist und was der Plan ist. Oh krass. Und den arbeite ich ab. Aber arbeitsbezogen, nicht Leben gesamt? Nur arbeitsbezogen. Schreibst du? Okay. Lebensbezogen bin ich da, den Tag hinein lebe. Ich habe ja ein Kind, natürlich kann ich das nicht, aber da mache ich mir diesen Umstand nicht. Da vergesse ich auch eher was als auf Arbeit. Eben wegen diesem Zettel. Irgendwann hat sich das halt, mein Kopf hat es nicht hingekriegt mehr, weißt du, so zu verarbeiten und sich alles zu merken. Also habe ich mir einfach angewöhnt, das zu machen. Und dann schreibe ich am nächsten Tag sozusagen immer die Stichpunkte, die noch über sind, schreibe ich dann sozusagen auf einen neuen Zettel. Und dann am Tage kommt was dazu, wird was weggestrichen oder wie auch immer. Ich glaube schon, du hast ja mittlerweile sehr viel elektronische Helferlein. Also mein Notizblock im iPhone ist echt mein, da ist mein halbes Leben drin, weißt du so. Oder nicht mein halbes Leben, aber so. Ich habe das von hinterher gemerkt, ich musste irgendwie wegen, na, wegen Twitch musste man so ein neues Steuerformular ausfüllen, sonst gibt es keine Auszahlung mehr bei Twitch. Irgendwie wegen EU-Richtlinien gibt es da was Neues. Und da ist jedes Mal, war immer bei diesen Steuerinterviews, war immer die Frage nach der, ich glaube das heißt TIN oder sowas im Englischen oder Amerikanischen, also das ist deine Steuernummer. Aber im Deutschen hast du ja eine Steuernummer, also deine ganz persönliche und deine Identifikationsnummer, die ja sich ändern kann. Also wenn du selbstständig bist, wenn du verheiratet bist und so weiter. Und die Twitch hat aber immer gefragt nach dieser festen Nummer. Und ich meine, wann brauchst du das im Leben, wenn sich das Ding nicht relevant ist? Ja. Ja. Und dann habe ich halt, ging ruckzuck, Notiz auf, hatte das alles bei Rat, solche Sachen habe ich, hebe ich mir halt immer drin auf. Ach, die hattest du sozusagen in der Notiz drin. Genau, so mein Spickzettel. Ah, ja, das benutze ich zu wenig. Aus dem Grund, dass mir das zu lange dauert zum Tippen sozusagen. Du machst doch Sprachmemos. Schon richtig. Also du kannst auch, ich habe, du kannst auch unten auf das Mikrofon drücken. Dann muss ich allerdings hören. Und dann manchmal kann ich nicht hören. Nein, nein, nein. Entschuldigung, falsch, Spracheingabe. Ja, stimmt. Und das hast du unten auf der Tastatur das Mikrofon, das geht perfekt. Also das Ding verstehe ich heutzutage so genau, da muss ich selten korrigieren. Und um erst mal Inhalt zu kriegen und dann mal ein Wort zu, oder zwei Worte zu korrigieren, finde ich perfekt. Wenn ich keinen Bock habe. Ah, ich mag meinen Spickzettel. Den wäre ich jetzt auch nicht wieder. Nee, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich wollte jetzt dich auch nicht überzeugen, Elektronik zu nutzen. Ich glaube, dass es nämlich gut ist, wenn man mal wieder einen Zettel in die Hand nimmt, wo man was schreibt. Also allein der Vorgang, also das Mechanische ist ein Unterschied zu diesen ewig digitalen und irgendwelchen. Du drückst ja nicht mal mehr eine Taste. Das musst du dir auch mal überlegen. Du tippst ja auf ein Glas rum, einer in einer gewissen Position und das macht. Genau. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen verloren geht. Ich glaube, unsere Muskeln und Bewegungsabläufe in deinen Händen und so weiter, die Haltung, kriegen ja alle hier so einen Puckel, die alle so viel vorm Rechner sitzen, weißt du? Ja, ist schlimm. Aber auch, ich merke das ja bei mir, also bei mir ist es ja auch so, dieses, der Kopf geht halt eher nach vorne als nach oben, eben wegen dem auf dem Handy gucken. Ja, genau. Ich kann ja auch so machen. Das kriegen wir allen Suchtis, kriegen alle hinten so einen Puckel, wenn du nicht gegenwirkst. Siehst du nämlich aussieht, das Modell da von diesem, da gibt es auch so ein Wachsfiguren-Modell, wie man aussieht, wenn man über wie viele Jahre im Büro, also es geht auch um Büro, es geht jetzt nicht nur ums Handy gucken, es ist eine Mischung aus allem. Und Instagram gibt mir mehr Werbung, hier das Puckel-Wegmachgerät. Und ja, erst machen sie uns den Puckel und dann... Ne, wir kriegen den Puckel bei dem Dings, das ist wie so ein Junkie, das erst aus dem Sonsten. Ja, eben, eben, eben. Weißt du so? Ja, ne, für das hier. Ja, probier mal, probier mal. Ja, komm hier, schaut wie. Na ja, dann. Ganz kurze Informationsvorgänge. Und dann nach einer halben Stunde tut dir der Rücken weh und dann zack. Hm? Hier. Hast du Rückenschmerzen? Kaufe. Scheiße. Aber es ist schon krass. Alles abgekatert, das sag ich dir, alles. Ich meine, früher hatten die Leute, wenn es jetzt um geschäftlich oder sowas gab, gab es das Filofax. Gibt sogar einen ziemlich coolen Film, eine Komödie, würde ich mal sagen. Ein Buch, wo du einen Kalender drin hast, wo du... Aha, alles klar, Alter. Ich gucke mal, es ist ein Filofax. Nein, noch nie. Also ich glaube, Filofax ist der Hersteller, das ist so ein bisschen reingenommen worden. Tatsächlich, ja, genau. Also ein großes Notizbuch mit mehreren Funktionen. Da gibt es richtig Hobbys, hat ja, meine Frau hatte ja mal so ein Hobby, wo man so ein Ding gestaltet. Mit schönen Seiten, geilen Einteilungen, mit kleinen Einhängseln, die man da reinmacht. Dann hat man so ein ledergebundenes, hochwertiges Buch, was man immer weiter erweitert. Ich glaube, für so einen Geschäftsmann oder Geschäftsfrau, die das regelmäßig nutzen. Ja, ja. Wobei das bei mir, wenn jetzt, sag ich mal, ein Vertreter gekommen ist und so ein Ding hat, hat es immer erst mal negativ. Für mich war das immer erst mal negativ. Wie viel Kohle hast du für den Scheiß ausgegeben, damit das hier ein bisschen Gold blinkt, war dann immer bei mir im Kopf los. Aber Gold? Naja, ich sehe das jetzt gerade hier Gold. Achso, es gibt ein Gold. Ja gut, ist ja Geschmackssache. Ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, du hast die falschen Manchettenknöpfe an, deswegen stört es mich. Ja. Also, okay. Je hübscher so ein Vertreter angezogen war, desto weniger hat er meine Kohle gekriegt, weil, aus dem Grund. Ich finde, dass man, ich behaupte, dass ich sehr schnell merke, wer vor mir sitzt, weil er das als Opener nutzen will oder lebt oder ob da drin ein Typ ist, der das einfach zwangsläufig anzieht, weil es so ist, gesellschaftlich. Weißt du, was ich meine? Ja, das merkt man auch schnell, ja. Also, wie viele Leute sehe ich so im Geschäftlichen, wo du, da passt der Anzug null. Und das hat nichts mit der Größe zu tun, sondern du weißt, wer da drin steckt und, weißt du, die das nur als Rüstung, als Uniform morgens anziehen, aber, weißt du, dieses stattliche, was ich mit dem Anzug verbinde und das Autoritäre, wie du auftrittst, also das ist für mich so ein Anzug, weißt du, du denkst ja sofort, oh, Banker. Oder, sagst du vielleicht, Schleimbolzen. Schleimbolzen oder, ja, genau. Bei mir ist es halt immer negativ behachtet so. Oder wir hatten. Das ist ein wirklich hübscher Anzug, der wirklich gut geschnitten ist und zum Mann passt, also zu diesem Mann dann passt. Genau, er muss auf die Figur passen und er muss halt auch, meines Erachtens, da gibt es recht moderne Schnitte, die jetzt auch nicht groß aufwendig sind. Also, weißt du, da brauchst du nicht den Tiger, der über die Schulter sich windet, gestickt. Nee. Das ist... Aber hast du, ich muss sagen, ich fand es immer interessant, ich habe ja, meinen ersten Job war ja in der Bank. Und ich fand, das waren ganz komische Leute. Also, ich ziehe das jetzt vielleicht über einen Kamm, aber so war ja der IT, das heißt, ich habe auch sehr viele Chefs und so erleben dürfen dort und die waren mega unsympathisch, auch wenn der Anzug gut gesessen hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde da, zu denen hat der Anzug gepasst. Also, da ist das Bild gewachsen in meinem Kopf, wo man sagen würde, oh ja, unangenehmer Typ. Ja, unangenehm. Kleider machen Leute, das schreibe ich. Kleider machen Leute. Ja. Ich kann nicht das jetzt so be... Ich habe einen Kumpel, der läuft im Arbeitsleben so rum, der ist aber jedenfalls im Privaten ein sehr, sehr lustiger, spaßiger Mensch. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ist denn der auf Arbeit? Er ist ja so Personalleiter und das ist der natürlich, kann mit unter andere Arten. Ja, geht mir auch so. So, ich meine, ich muss zum Glück bei meinem Job keinen Anzug tragen, weil ich einfach ein Techniker im Entferndensten bin. Aber ich würde schon sagen, dass ich auf Arbeit ein anderer Mensch bin. Ganz klar. Das hat zwar Parallelen zu dem... Ich überlege viel mehr, was ich sage. Obwohl ich schon... Okay. Nee, den Skill habe ich nicht. Nee, nee, ich lache darüber, weil ich kriege das immer wieder vorgeworfen, dass ich halt zu schnell direkt ausspeichere und sage, was ich denke. Also ich bin kein Cheftyp oder so. Ich habe halt immer irgendwie Personalverantwortung und bei Personal, also bei Personal, dass sie unterstellt, das musst du halt immer auch gucken, dass du hier niemanden beleidigst oder weißt du, so krass, mache ich jedenfalls so, krass vor den Kopf stößt, weil ich will ja was von ihm und zwar, dass er ordentliche Arbeit macht und deswegen gehe ich ja auf ihn zu und versuche, ihm das Leben einfach zu machen. Diplomatisch halt rangehen. Diplomatisch ist da das Schlüsselwort, genau. Und deswegen immer auch, also immer... Auf Augenhöhe begegnen. Ja, das ist mein Mantra. Aber ich meine jetzt auch deswegen auch immer überlegen. Nicht zu scherzhaft, schon mit einem gewissen, mit einem Wissen, Esprit, Witz, Charme, aber schon auch klar machen, wo Grenzen sind. Also du lachst mich aus jetzt hier. Nein, ich lachst mich nicht aus, ich weiß es. Du blödes Stück. Nur wie du es sagst. Ja. Naja, das ist schon ein Unterschied. Also ich meine, bei mir auf Arbeit ist es so, dass ich halt immer, das kam ja auch oft durch, dass ich es einfach zum Kotzen finde, wenn man nicht das Gefühl hat, dass alle an einem Strang ziehen. Oder so ein bisschen... Und als Chef hast du da ja auf jeden Fall dieses Gefühl, und zwar täglich, immer. Du darfst dich aber davon nicht beleiten lassen, weil es egal ist, egal, ja doch, es ist egal, wo du bist, es ist immer jemand, der nicht mitmacht. Ja, ja, klar. Klar, der gleiche Mist läuft in allen Firmen, nur in anderen Konstellationen und proportional anders aufgeteilt. Genau, nur in anderen Proportionen, richtig. Und in einem Ausmaß im Sinne von, wie schlimm ist seine Unlust, sage ich jetzt mal. Nimmt der andere mit, fängt er an zu stänkern oder ist er einfach für sich unlustig? Also einfach bocklos. Genau. Ich habe einen guten Spruch, bevor ich es wieder vergesse, weil mein Kopf gerade wieder rennt. Ich habe einen guten Spruch gehört. Das Leben lebt man vorwärts und versteht rückwärts. Das stimmt. Das ist ein guter Spruch. Das fand ich irgendwie gut. Weil ich merke das immer mehr, sei es in der Ehe, weißt du, so in Freundschaften. Ich meine, ich verstehe immer mehr, das für mich in meiner Ansicht ist. Es mag ja nicht immer richtig sein, optimal zu halten, weißt du. Also, wo ich früher vielleicht noch einem Kollegen gesagt habe, na, willst du nicht mal was arbeiten, weißt du, so würde ich jetzt vielleicht heute einfach ignorieren. Weil ich merke, damit tue ich ja nur mir selber weh. Richtig. Weißt du, der, der Kollege oder Kollegin, die schon Jahre im Dienst ist und so weiter und den Job in zwei, zwei macht, macht ihn ja seit Jahren so. Und ich glaube nicht, dass dann, wenn ich da ankomme und ihn anpöbel, weil das ist ja meistens dann eher pöbeln und nicht konstruktive Kritik. Da funktioniert es halt nicht. Und ich finde es halt echt gut, dass man dann über die Jahre ruhiger wird und sich halt denkt, bevor ich mich uffre, ist mir lieber egal. Also, kann ich auch so unterschreiben. Am Anfang hat mich das noch, war mir das super wichtig, dass da jeder Bock hat, weißt du. Also, wirklich, ja. Und die, die, wo ich das Gefühl hatte, die hatten am wenigsten Bock, die waren immer die, die am meisten von mir besucht wurden, sage ich jetzt mal. Oder am meisten von mir bekommen haben dafür. Und, äh, es war eigentlich immer vergebens, äh, liebens Mühe, im besten Fall nicht, hab ich die nicht rausgedrängt, aber im besten Fall kam die ja tatsächlich zu mir, ja, ich hab, ich kündige, so, blr, ich, äh, hab was anderes, blr, und ich hab da aber richtig Zeit investiert, investiert, Alter, läuft heute nicht, investiert, läuft nicht, investiert, um, ähm, um den bei Laune zu halten, weißt du, oder um bei der Stange zu halten, oder beim, einfach auch, um ihn zu behalten, ne, so. Aber mittlerweile ist es halt so, ich probier das, und, äh, wenn ich merke, du machst dich mit, dann bist du, dann liegst du halt links neben. Du kannst gerne jederzeit zu mir kommen, aber, äh, ich werde in dich keine Energie investieren, sozusagen, weißt du, so. Ich bin trotzdem nett, und trotzdem, ähm, äh, wird er mich behandelt wie jeder andere auch, aber es gibt halt immer Spezialisten, die, an denen prallt das einfach ab. Hm. Weißt du, meine ganze Liebe. Und die Mühe, denen doch irgendwie diplomatisch zu begegnen, ja, ja, klar. Ich hab manchmal so Vorstellungen, so, wenn du mal, einfach mal ausrasten, weißt du, wie ein Falling Down. Weißt du, so, aus dem Auto aussteigen, mir noch egal. Also, jetzt auf die Arbeit bezogen, in Kommunikation mit Kollegen, weißt du, dass du... Ja, nicht wirklich, aber halt, ja, genau, sowas eher, weißt du, so, dann wirklich so im wahrsten Sinne das Wort auf den Tisch scheißen, so. Ja, das ist halt immer schwierig, ich mein, im Endeffekt reibt man sich mit solchen Situationen, auch mit so einer Diskussion, wo man dann irgendwie emotional wird, äh, äh, hilft niemand. Also, hilft einem selber nicht, macht's nicht besser, und, äh, wie du schon sagst, man muss den Leuten ja auch so begegnen, dass sie irgendwie einem zuhören. Ja, das ist ganz klar, ja. Aber das find ich gut, Handschrift-Notizen, da sind wir hergekommen, haben einen riesen Kreis gezählt, äh, gedreht, gezogen. Bei uns ist das halt nicht, also, wirklich, ich darf's jetzt hier nicht mit, irgendwie, Siri darf nicht mehr schreiben, das ist schwierig. Du meinst, da wär so viel Korrektur notwendig. Integriert, ja, so, mhm, 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 investigriert. Kannst du das noch einmal sagen? Ich habe dich nicht verstanden. Ich habe dich nicht verstanden, das ist das, was ich im Web gefunden hab. Genau, integriert. Aber so schlecht ist es ja, wirklich. Also, ist ja nicht, weißt du, dann kommt mit so einem Chat-TV-Team um die Ecke und denkst so, weißt du, das Bild mit dem Typen, wo der Kopf explodiert, weißt du, so, vor, vor Möglichkeiten. Naja, ist schon krass. Also, aber er muss ja wirklich sagen, auch, naja, Siri geht noch, also, hat ein bisschen konkretere Sachen. Äh, hier, Alexa ist manchmal, wo ich denke, wahrscheinlich kannst du jetzt in mehreren Haushalten kannst du sagen, Stopp, Alexa! Wenn sie immer wieder macht, was sie nicht soll, ja. Bin mal gespannt, wann kommen die um die Ecke und machen das Ding mal gut? Wenn wir das Chat-TV-Team haben, kannst du mir nicht erklären, dass das die... Ja, eigentlich hätte das schon lange passieren müssen, ne, und ich habe irgendwie auch zwischendurch gehört, oder durch die Blume, dass da Jeff und, und, äh, Bill und, äh, sonst wie die, und Mark, äh, da ordentlich Kohle in AI investieren, ne, ne, aber bisher ist noch nichts irgendwie, und auch, auch um Jet-TV-T ist ja auch relativ ruhig geworden, ne. Ne, gut, ist einfach nur, weil die, weil die, weil die erste Euphorie halt auch wieder ab-appt, ne, ist ganz klar. Wie immer. Wie mit allem. Jetzt haben wir da ein Tool, was uns das Leben verändern kann, und, äh, so, es bleibt ruhig. Ich glaube, dass das eher so ein, so ein, so eine Tech-Demo war. Weißt du, die, die Möglichkeiten, die wir beiden kleinen Podcaster hier, ja, 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 ja. Ich glaube, das können wir gar nicht, also wenn das, wenn die, können wir gar nicht erfassen, wenn diese Technik halt richtig von Leuten, die ihr Leben dazu machen, sich solche Sachen auszudenken, genutzt wird, bin ich mir ganz so sicher, dass da schon, also, ich glaube, jetzt das neue iOS 17 für iPhone soll jetzt auch mit KI sein. Mhm. Und solche, also, also, da wird hundertprozentig was kommen. Die wollen es halt nur gut machen. Also, wie jetzt auch Google und Co. Ohne, dass es Textgeschichten schreiben kann, oder so. Ja, du musst dann halt gucken. Das ist ja so, Mensch, warum kann ich denn nicht mehr meinen Fantasy-Porn durch Fantasy-VT aus erstellen lassen, Entschuldigung. Ja. Und das ist aber wirklich, ja, ist aber wirklich, okay, lass doch die Leute fucking Fantasy-Porn. Ähm, Roman da schreiben. Aber gut, in meiner, in meiner Arbeitswelt wäre das jetzt auch, ich hab jetzt, ähm, äh, stehe von so einer Aufgabe, die, äh, händisch unfassbar lange dauern wird, äh, sie zu lösen. Und, äh, da überlege ich schon, wie ich das mit, äh, bestimmten AIs mache, weil das ist jetzt keine unfassbar komplizierte Aufgabe, aber es ist halt ein bisschen unfassbar viele Stellen, die, also, ne, Namen, Adressen, Routen, aber halt von ein paar hundert Leuten, weißt du? Weißt du, und wenn ich die mit einem Klick fertig hätte, brauche ich nicht zwei Monate dran sitzen und die Hände schmachen, weißt du? So, das ist der Punkt, wo ich das, äh, für, für mich jetzt, oder demnächst mal benutzen muss. Du brauchst für die Menschen, die Part brauchst halt immer noch den Menschen, oder hauptsächlich. Ja, 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 du musst drüber gucken und hier und ein bisschen einordnen und so, aber die, die allgemeine Ordnung kann das Ding, das hab ich schon mal ausprobiert, deswegen. Ja, ich hab das, mein Vater hat das sein Leben lang schon gemacht, der hat auch alles auf Zetteln aufgeschrieben, also jetzt nicht, äh, jüngst oder sowas, sondern halt schon sein Leben lang hat er immer einen Notizzettel gehabt, wo er sich so, wie so eine Taskliste, mit kurzen Stichpunkten, was er noch vorhat, ob es jetzt Einkaufen war, also den Einkaufszettel. Also mein Arbeitstag ist dadurch, äh, unfassbar koordinierter und, ähm, am Ende des Tages hab ich nicht mehr, das ist auch so ein Punkt, das mach ich auch für mich, damit ich nicht mehr das Gefühl hab, ich hab irgendwas vergessen, weil das auch immer, äh, gerade abends, äh, kann das nochmal so in den Kopf schießen, hast du das gemacht, hast du das gemacht, oh nee, und dann kannst du wieder nicht einpennen oder so, und das, seitdem geh ich damit komplett aus dem Weg. Das ist vielleicht eine Idee, ja. Also, Möglichkeit, vielleicht ist das, warum mein Kopf so rattert, weil ich immer das versuche, alles im Kopf fertig zu machen. Das muss ich mal handschriftlich irgendwie niederschreiben. Ich glaub, das Elektronische ist auch nicht der Weg. Das ist zwar hilfreich, aber da sind so, so Langzeitdinger ist da eher drin, als jetzt, äh, momentane Sachen. Ich hab den Zettel auch nicht hier, also ich hab den auch auf Arbeit, sozusagen, der liegt auf meinem Schreibtisch, sozusagen, das ist das erste morgens, was ich sehe, dieser Zettel. Alles klar, was war. Das ist wie so, äh, 15.30 Uhr abschließen, ich hab keine Ahnung, wo ich war, und in 7 Uhr aufschließen, ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich gestern war, weißt du so, das ist, aber wirklich auch Selbstschutz, damit ich eben nicht anfange, äh, da tagtäglich und, 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 Stunde um Stunde drüber nachzudenken, weil es da wirklich, ähm, komplizierte Themen sind, aber ich kann zu Hause nichts ändern. Ich kann nichts ändern. Nee, der nächste Schritt wäre, sich selbstständig zu machen mit irgendeinem Job, den man gut kann, weißt du, aber das ist ja auch schwierig, ist immer, Selbstständigkeit ist immer ein Kämpfen. Nee, 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 auf gar keinen Fall, ja. Nee, würde ich auch nicht wollen. Also, dieses, wie ich es jetzt mache nebenbei, ist okay, wobei man da auch sagen muss, dass da die, ich bin halt schon Workaholic, weißt du, also jetzt, ich arbeite ja nicht nur für meinen Job, sondern ich arbeite auch im Endeffekt, wenn es auch nicht vergleichbar vom Stundenansatz zur Leistung ist. Und vom Druckansatz, wobei du machst ja schon relativ viel Druck immer. Ja, aber das mache ich mit allem in meinem Leben. Also, mein Leben ist immer, will immer das Optimum sein, was es nicht sein kann. Und ich habe eine Frau, die mir oft sagt, das muss jetzt nicht optimal sein. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Ja. Aber ich bin schon jemand, der versucht immer zu Perfektionen. Deswegen finde ich es auch in Spielen so gut, weil in Spielen muss ich nicht aufräumen. Also, weißt du, dieses, was man alles muss und was man alles sehen muss, das ist für mich Spielen. Das ist das, also, ich finde, ich finde es total anstrengend, wenn ich in Kommentaren korrigiert werde, weil man das so macht. Also, jetzt der Extrem in dem Transportvierer, wo einer schreibt, du kannst so nicht bauen, wir haben Rechtsfahrgebot in Deutschland. Weißt du, so, von diesem Ding, wo du denkst, what? Wo ich gesagt habe, es heißt ja Spiel, ich kann ja, und es heißt deswegen Spiel, weil ich auch auf der linken Spur der Strecke, der Eisenbahnstrecke fahren darf. Weißt du, so, auf der Gegenfahrbahn sozusagen. Ich muss, ich, das Spiel gibt es ja vor. Wir haben Rechtsfahrgebot, wir reden über ein Spiel und dann hat tatsächlich, also, ist das Stimmte? Naja, bezogen, bezogen auf die Gesetzmäßigkeiten, die auf so einer Bahnstrecke herrschen natürlich, nicht allgemeingültig. Ja, aber du hast so hier von mir aus Transportfieber gespielt und hast dann eine Bahn gezogen und nach rechts ist es einer gefahren oder links ist es einer gefahren, bla bla bla. Genau, ich habe praktisch, ich habe zwei Spuren gehabt und, ja. Da würde ich noch ein Looping einbauen, oder was? Ich habe drunter geschrieben, ich habe drunter geschrieben, ist für mich ein Spiel, ich spiele es als Spiel, also, wenn es geht, mache ich es. Und auf Twitter habe ich das geteilt, natürlich anonymisiert, von wegen, was macht so ein Spieler, wenn er so ein Video von Let's Game It Out zieht? Ja. Der kriegt doch einen Erwensammbruch. Weißt du, der knabbert an den Fingernägen und sagt, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Das, das muss, ja, wahrscheinlich ist es aber wirklich so, dass es da Leute gibt, die können sich das nicht angucken, so wie ich Strombag nicht sehen kann. Da können die sich nicht angucken, dann drehen die durch. Das ist wirklich wahrscheinlich. Innerlich wird dann richtig was aufgebaut, wenn sie dann diesen Satisfactory-Turm sehen, der, wo die Framerate bei zweieinhalb liegt. Weil es ist, naja. Das Video war gut. Ja, das war richtig gut. Ich finde ihn geil. Ich mag auch diesen britischen, ich weiß nicht, wie der heißt. Ein Smithing Brit. Spitting Brit. Spitting Brit. Spitting Brit. Ich weiß nicht. Ich glaube, er heißt Sniffing Brit. I don't know. Der macht auch so was ähnliches immer. Ne, der macht ja so, der macht immer einen auf seinen britischen und T-Time und aber so, er hat ja dann, ach, keine Ahnung, irgendwie ein MMO hat er ausgehebelt mit Surferhopping und Dings und jetzt macht er YouTube-Videos. Spiffing. Spiffing. Was ist Spiff? Übersetzt, weißt du das? Warte kurz, so jetzt. Ich kenne Spiff, aber Spiff sagt mir jetzt nichts. Spiffing, Deutsch. Famos. Famos. Ah, Famoser. Der Famoser Brit. Der hat Seven Days gespielt. Kenne? Der hat Seven Days gespielt. Kenne ich Survive Seven Days. Der macht alles mögliche. Also der spielt MMO-Spiele wie... Das muss ich mir auch gucken. Das muss ich sehen. Der ist doch so ein Typ, der denn so diese Steam-Glitches aufgedeckt hat und so was. Ja, oder auch YouTube-Glitches. Geld verdienen konntest, indem du oder das Spiel umsonst gekriegt hast durch einen gewissen Schenken, wieder zurückgeben, wieder schenken oder so. Der YouTube-Algorithmus scheint total kaputt zu sein. Da hat er mir erklärt, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, weil es so nebenbei lief. Aber irgendwie, wenn die Zuschauer im Stream F5 drücken, also er hat gesagt, Befehl drücken, macht mal F5, ladet mal den Stream neu. Da wird irgendwie die Anzahl der, bei Twitch wird es wahrscheinlich Unique-Fewers heißen, also einzigartigen Zuschauer, die drin waren, wird erhöht. Da hat er irgendwie exorbitante Zahlen mit provoziert. Why I'm bigger than visible. Achso, ja. Was will sie? Ach. Was will sie? Was kann sie denn, was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Ja. Sie wollte wissen, wann es klingelt. Ich hatte ja gesagt, dass hier. Sowas hatte der ja schon mal. Und dann, warum ging es denn da? Ah, um Interaktionen auf diese Short-Community-Dinger. Und das habe ich sogar auch ausprobiert. Da wurde dann irgendwelche, so Polls machst, so Umfragen. Und dann habe ich da reingeschrieben irgendwie, wusstet ihr, dass ich dann und dann streame, wusstet ihr das nicht und wer bin ich überhaupt? Und ich glaube, sogar Pete Smith hatte das gemacht. Eben aus dem Grund, dass das YouTube zerstört hat. Oder nicht zerstört, sondern dass es halt... Einen Effekt hat, ja. Einen Effekt hatte, ja. Krass. Ja, das ist gut. Wollen wir mal ein Video von dem? Oder willst du den Kanal reinmachen? Ja, soll ich mal ein Seven-Days-Video reinmachen? Nee, mach auf. Ich würde einfach den Kanal. Den Kanal. Können die Leute sich was aussuchen, weil der ist ja schon sehr... Spaffing Brack. 3,67 Millionen... Der macht immer so... Ist das modern? Keine Ahnung. Immer so Stock-Bilder blendet er ein, um die Situation, über die er spricht, gerade zu erklären. Ja. Das ist Spaffing Brack. Alter, was ein Ping-Pong hier der Themen. Da haben wir es aber wieder mal richtig, doch. So. So. Schätzelein. Ey, lass uns so kurz über nochmal Staple drehen, weil ich hatte wirklich gestern Abend richtig Glücksgefühle, als ich das Spiel ausgemacht habe. Ah. Ja, lass uns so überlegen. Also so Glücksgefühle in Form von, ähm... Nass uns, ey, was? Habe ich zuhören, da muss ich ausmachen, sonst wird's... Ähm, nee, ich hatte gezockt und dieses Gefühl, wenn man ein schönes Spiel gespielt hat, macht aus und denkt drüber nach, was man noch machen will und hat irgendwie Bock, gerade wieder einen Rechner anzumachen, weißt du? Dieses Glücksgefühl. Mhm. Also... Ja, aber dann, dann, ja, okay, dann bist du aber auch, dann bist du ja auch bei diesen Zehn von Zehnern, weil das ist ja wirklich... Nee, das würde ich nicht sagen. Ich hatte einfach eine gute Zeit in dem Moment mit dem Spiel. Was ich, was ich gemacht habe, hat Spaß gemacht. Und zwar, ich habe... Und ich werde es ja auch nicht so runterreden. Ich habe dieses, ich nenne es jetzt mal Modpack zusammengestellt, das ist praktisch so, habe ich auf unserem Discord abgelegt, im Spiele-Talk, ähm, habe ich, äh, so eine Zip-Datei gebastelt, ähm, in der praktisch die Mods und Veränderungen, die ich nutze, ähm, drin sind, alles in einem, so ein All-in-One-Paket, das muss man sich praktisch nur auf MyDocumentsGames irgendwie kopieren, habe ich auch dabei geschrieben. Jetzt habe ich viel zu weit ausgeholt. Und das Ding beinhaltet die ganzen Mods, die ich verwende und verändert die Farben auf normal, ohne irgendwie so ein Reshade-Zusatzsoftware oder so ein Kram, einfach nur, dass es normal aussieht von den Farben, also kein Farbfilter drüber ist, äh, macht Field of View größer, äh, die Zeit, wenn man lootet, wird verkürzt, ähm, ein paar Kleinigkeiten und gerade bei den Farben im Weltraum sieht der Weltraum jetzt aus wie ein Weltraum. schwarze, schwarz, bisschen Sterne und dann siehst du die Gegner auch viel besser, finde ich. Nur 5 Megabyte hat dieses Ding-Pack? Ja, ist nicht groß, naja. Wow. Ich habe alles dabei geschrieben, wenn es, wenn es euch interessiert, Discord, ähm, Spieletalk. Wollen wir mal hier, können wir deinen Discord hier verlinken? Äh. Ja klar können wir das, ne? Äh, 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 Discord, wie heißt es, TC oder was? Slash-Hinsturz. Kann man machen, ja. Boah, die meisten müssen kennen, ansonsten, wenn ihr jetzt dieses auf YouTube hört, guckt, Kanalinformationen oder auf Twitch, ist es auch verlinkt, also, sollte man fern. Okay, verdammt, ja, stimmt. Bei YouTube ist es ja auch verlinkt. Discord.gg slash-Hinsturz. Du magst jetzt nicht mehr, das kannst du selber machen. Nein, das machen wir auch nicht. Sollen doch mir Leute auch mal ein bisschen Interaktion vom Zuschauer fordern, weißt du, nicht nur zuhören, berieseln lassen. Auch mal, mach mal eingeben, mach mal Recherche. 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 Aber dafür müssen wir schon noch mal hier aufnehmen. Also auf jeden Fall hatte ich diese Mods installiert, ähm, das, genau, das Menü wird geändert, die, die Liste der mit den Waffen, kriegt so einen wirklich Excel-Tabellen-Look, aber dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ähm, sortieren wir das mal nach Schaden pro Sekunde, nach Wert, äh, und solche Sachen. Gewicht, das ist super praktisch, so, gerade für Maus- und Tastaturbedienung ist es halt optimal, oder ich glaube, dafür ist es auch rausgelegt. Auf jeden Fall habe ich dann gezockt, ähm, hab dann als allererstes, hab ich im, ähm, einen Anzug geklaut im Keller von der Loge. Am Anfang steht im Keller so ein Glaskasten, da kann man durchstibitzen und kann sich den Anzug rausholen, der ist super, perfekter Starteranzug. Ähm, außerdem habe ich, äh, die, äh, der Außen, der geheime Außenposten, die Mission gemacht. Ja, 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 die Mantis hast du jetzt? Ja, genau, Mantis und Mantis-Anzug. Jaja, wieso lachst du denn so komisch? Nee, weil es eine coole Mission war. Sie sehen so ein Verschmützen, cool, ne? Nee, nee, ich hab mich da durchgekämpft und es war, äh, es war anspruchsvoll, weil irgendwie der eine Boss, ich nenne es jetzt mal Bossgegner, der hatte halt Level 38 und ich war ja gerade mal Level 7 oder 8. Ja, ja. Also es war schon, äh, und dann hast du durch diese Munitionsknappheit und so ein Kram, fühle ich mich gefordert, also weißt du so, weil ich ständig irgendwie gucken muss, welche Waffe nutze ich jetzt, äh, muss ich vielleicht doch mal einfach das Schweißgerät nehmen oder die Axt und auf den Zug rennen, solche Sachen und, ähm, für mich hat's einen angenehmen Schwierigkeitsgrad und ich bleib auch mal, bin auch mal gestorben, dann hab ich halt wieder geladen, also, ja. Hast du dir auch, ja, die Kassetten kommen ja nicht, kommt ja ja nicht dran vorbei, ne, so diese Audioschnipse, hast du die gehört, über wie die, was, 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 ist der, wollen wir das jetzt spoilern, sollen die Leute das nicht, ja, weiß ich nicht, nee, aber die waren gut, oder, so. Ja, genau, von einer Mutter, die sich überrascht. Also ist auf jeden Fall zu empfehlen, diese Mission, und man kriegt halt ordentlich ein schönes Schiff, doppelstöckig. Ein krasses, großes Schiff und einen guten Anzug, ja. Ja. Der auch nochmal besser ist, weil der wieder irgendwie, das hab ich auch am Anfang nicht gerafft, der aus dem Keller ist nämlich von den Werten besser, aber der, den man da bei der Mission bekommt, der hat so Buffs, die sind viel wichtiger. Ja, so, wenn's anziehst, dann hast du nochmal bloß 15 Prozent irgendwas, oder sowas. Ja. Und das hat, hat jedes Rüstungsteil, und das macht den so mächtig, den Anzug. Du bist ja wie so ein kleiner Tank. Mächtig, haltig. Ja, und das sieht abgefahren aus. Ja, und, und dann, ähm, hab ich das auf jeden Fall fertig gemacht, das war so eine Stunde oder so, und dann hab ich gesagt, was machen wir jetzt? Dann hab ich gefragt, ob wir Sunkendland spielen, oder Dings, und dann war die Umfrage irgendwie, 53 Prozent wollten Sunkendland, und der Rest wollte Starfield, und dachte ich, ja, dann wechsle ich jetzt nicht mehr, weil. Das reicht ja nicht. Wenn das so knapp 50-50 ist, dann, dann spielen wir das Spiel, was gerade läuft, weil, macht für mich keinen Sinn zu wechseln. Und ich hatte auch selber Bock, nochmal reinzuschnuppern, und dann hat, äh, Leo von Dark hat gefragt, äh, lass uns, hast du schon mal die Erde besucht? Und ich so, nee, cool, aber passt ja so, was macht man denn, ne, wenn man so interstellar unterwegs ist, vielleicht mal gucken, was die alte Heimat macht. Wer schon da war, ist, glaub ich, ein großer Spoiler, die Erde ist komplett trocken und einfach eine Wüste. Und, okay. Die heißt auch, die Erde? Ja, das ist ja das Sonnensystem, oder was, ja. Ja, also, okay, okay. Ja, die Erde, ja, klar. Und die ist, okay. Die ist ja kaputt, die sind nicht. Aber du hast, glaub ich, erzählt, dass... Das ist in der Lore, genau, dass durch Kriege, ähm, und so weiter. Und da ist nichts zu holen, oder was ist das? Einfach immer Staub. Ein bisschen Ressourcen und sehr viel Staub, und so weiter, ja. Ich weiß nicht, was es noch für Geheimnisse gibt, es gibt bestimmt das eine oder andere Easter Egg, was da drin ist. Ähm, also die, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich war da, es war sehr langweilig und öde. Und dann hab ich gesagt, na, was ist die Erde am nächsten? Nehmen wir den Mond, bin zum Mond geflogen, lande, dann landet erstmal, das ist, gibt's öfters auf Planeten, landet irgendwie in Entfernung. Ein Schiff, voll am Knattern, voll am Brennen, geht runter und landet da. Und ich geh hin und da waren so ein paar Siedler, die geflohen sind und das Schiff ist am Arsch und ich hatte gefragt, ob ich Bauteile hab. Hatte ich aber nicht dabei. Ich hab gesagt, es könnte schon sein, dass irgendwo ein paar Bauteile rumliegen, aber hab jetzt im Schiff halt gehabt. Dann geh ich ans Schiff und seh den hinterher, das ist ja eine Basis. Und dann war ich da in so einer Piratenbasis und da ich denen halt schon storymäßig irgendwie wohlgesonnen war, haben die mich auch nicht gleich beschossen. Und ich hab erstmal komplett das Ding leer genutet. Weißt du, voll ausgenommen, alles mitgenommen. Ich wollte nur gucken, wo das Klo ist. Und dann kommst du halt so vorbei an so einer, ist so eine große Halle und oben ist eine Fensterscheibe. Also die ist praktisch doppelt hoch, so wie der Raum, wo du dich gerade befindest oder vielleicht auch dreifach hoch. Auf einmal öffnet sich halt oben die Decke und da knarzen und dann ist das so ein Landepad, weißt du, wo die Decke sich wegschiebt und in so einen Innenhof landet so ein fettes Raumschiff. Und dann, oh ich glaube, wir kriegen Besuch, ich mach schon mal Tee bereit. Und dann kommt da das Schiff darunter und ist nur so ein Ding, was dann auch wieder startet. Weil wahrscheinlich, wenn jetzt du da am Kämpfen gewesen wärst, hätten die gesagt, oh. Dann wären die vielleicht rausgekommen. Party on und hätten noch unterstützt, ganz genau. Ja, genau. Und in meinem Fall halt nicht. Und dann laufe ich da so durch, gehe hoch und bin oben so auf der Empore, die in dieses Landedock reinguckt. Und dann steht da so ein Typ an der Reling und davor ist ein Schild aufgestellt, if you hit the circle, you win Dollar oder so. Das wird in Symbolen dort angezeigt. Dann ist praktisch unten drunter, was relativ hoch ist, bis auf den Boden der Halle, ist so ein Kreis. Und dann kannst du da halt springen und ich hab aber mit mehrfach gesprungen, es gab kein Geld. Also ich hab mich verarscht. Ich dachte, das wäre so ein Easter Egg. Vielleicht muss man jemanden ansprechen oder es gibt eine Story oder es gehört zu dem, wenn du kämpfst, dass du dem Boss begegnest. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall keine Funktion. Schade. Ja, und dann hab ich noch so eine Mission gemacht mit irgendwelchen Farmern, die bedroht werden. Und dann musst du so mehrere Satelliten aktivieren und dann auf die Farm fliegen und die verbrüdern. Also sie sind ja echt gut gemacht, die Mission. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte dann richtig, ich fahrt dann nach einem guten Abend, also es war wirklich so das Schiff. Ey, wenn die Dinger starten, das ist so, boah, das ist so ein geiler Sound, wenn diese Raumschiffe da starten, diese Soundkulisse. Oder wenn sie durchballern da oder wenn du, und ich kapier das Spiel halt immer mehr. Die Weltraumkämpfe waren, fand ich auch anspruchsvoll, zumindest schwer genug für mich. Und die, ist das Schiffsteile oder was, die du zum Reparieren verwenden kannst, gingen mir aus. Und das war wirklich dann so ein Ding, F5, okay, ist alles gut gegangen, wieder F5. Weil sie wieder speichern und wieder, um da einigermaßen durchzukommen. Ja. Hat Spaß gemacht. So wie ich letztens, wo ich dir das gezeigt habe, sozusagen nochmal kurz nochmal speichern, nochmal schnell speichern hier. Und dann, das ist auch irgendwie, das macht die Sache einfacher, ne? Das ist so, da kannst du auch eher mal was ausprobieren. Aber ich finde, das ist das Spiel, wo es passt für mich. Also das ganze Spiel ist ja so ein abgekürzte. Ach genau, das wollte ich auch noch sagen. Spielt das Spiel nicht mit diesen Schnellsprungpunkten. Also schon auch, aber zum Beispiel, wenn ihr vom Planeten abhebt, setzt euch wirklich in das Cockpit und drückt einfach die Leertaste und hebt ab. Ihr könntet natürlich auch direkt wieder zu dem nächsten Spot porten, wenn man so will. Aber man hat die Möglichkeit, erstmal ins Schiff zu steigen, die Leertaste drücken, nochmal eine von x Varianten des Starts sehen. Weißt du, jeder Planet ist unterschiedlich, die Perspektive ist unterschiedlich, wie du startest und so weiter. Und das gibt dem Spiel viel mehr Immersion. Es ist nicht notwendig, ich komme auch schnell zu dem anderen Planeten. Aber kurz in Weltraum und dann kannst du von da aus ja den nächsten Kurs festlegen, wenn du praktisch in der Umlaufbahn bist, wenn du so willst. Oder außerhalb der Umlaufbahn, besser gesagt. Also mir nimmt es auch komplett alles. Und das macht es für mich besser. Wenn die Version für Raumschiff, Spiel sozusagen noch da ist. Du kannst ja überall hinfliegen, kannst du machen. Es dauert halt Ewigkeit. Es dauert ewig, ja, ja. Also das ist schon dafür gemacht, aber... Wir hatten letztens, hatten wir ausprobiert, Starship Evo. Ja. Was so Buggy war. Ich weiß noch, Buggy war. Das ist jetzt irgendwie, kann man jetzt schon fast Multiplayer spielen. Buggy ist das gar nicht mehr und... Ne, wir haben es doch zusammen ausprobiert und dann war es doch total Buggy. Ja, ja, aber jetzt vor kurzem, also wirklich vor ein paar Tagen... Ach, du hast es ausprobiert, okay. Wirst du so in... Was kann denn jetzt da wäre? Da fehlt Evo sozusagen. Im Bezug auf Planeten fliegen oder so. Weil die haben ja jetzt auch eine Planetenkarte mit prozedural generierten... Ich weiß nicht, auch... Prozedural. Super viele, super viele Planeten, ähnlich wie No Man's Sky, sage ich jetzt mal. Da wird nicht so was drauf sein, wie jetzt hier in Starfield, sondern nur so ein bisschen Landschaft oder wie auch immer. Ja, der Punkt ist, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen, die haben das so gelöst. Die haben dieses Raumschiff im Weltraum fliegen so gelöst. Also du kannst ganz normal auf den Planeten fliegen, ohne Ladebildschirm, wieder hoch, ohne Zupp, Zapp, Zupp. Sieht sehr gut aus, wirklich. Und auf so einem super weit entfernten Planeten kannst du halt so einen Warp Drive-Art anmachen. Aber das Schiff fliegt halt wirklich, wirklich, nur halt super schnell, um das zu überbrücken. Das haben die hier natürlich, denke ich mal, auch nicht drin, damit der Spieler halt nicht die ganze Zeit irgendwie sieben Stunden da hinfliegt. Also im Weltraum, wenn du innerhalb eines Sternensystems springst, also von Mond nach Erde, wie ich es ja zum Beispiel gemacht habe, dann kriegst du auch immer so eine kurze Animation, wie das Ding im Weltraum fliegt. Und ich finde das völlig ausreichend. Du kannst halt, wie gesagt, du kannst auch springen. Ich könnte auch von mitten in der Basis irgendwo auf dem Ding, könnte ich auch dann direkt zur nächsten Mission springen. Oder zumindest außerhalb, wenn ich an meinem Schiff stehe, könnte ich direkt, muss ich nicht mal einsteigen. Aber das Gute ist, du kannst es in jeder Variante spielen. Du kannst auch vom Weltraum zum nächsten Planeten fliegen. Das dauert halt nur ewig lange, weil du halt nicht diesen Sprung nutzt. Wenn du aber innerhalb springst, dann kriegst du auch so eine Animation, wie so ein Warp-Antrieb. Und wenn du dir die Zeit lässt und vielleicht auch, wenn du zum Beispiel zu einem gewissen Planeten hin willst, musst du ja Etappen springen. Oder musst du nicht, wenn du ein besseres Schiff hast, geht es immer weiter. Und dann, wenn du da am Anfang springst mit dem einfachen Schiff von Sternensystem zu Sternensystem oder Galaxie zu Galaxie, ich weiß nicht, ich glaube Sternensystem. Dann hast du auch die Möglichkeit, dass du Piraten triffst oder du kriegst einen Funkspruch, wenn du in das System springst. Ich hatte es ja auch, diese Mission mit dem Fahrmann kam aus dem einen System. Wenn ich reingesprungen kam, ach du, Hilfe, weißt du, so. Und dann musst du halt irgendwie hinfliegen und gucken, was da los ist und kannst dich für die einsetzen und so. Ich hatte das irgendwie, da komme ich ins System und dann ist ein normaler Cargo-Scan, also der Scan, ob alles in Ordnung ist mit deiner, ob du Schmuggelware dabei hast. Und dann sagt er auch gleich im nächsten Moment, du kannst du mal gucken, vor unserem Planet ist ein riesen Raumschiff und wir haben keine Funkverbindung, kannst du mal gucken. Und da hing da halt auch wirklich schon in Angriffspositionen halt wirklich ein fettes Schiff. Also das war schon, das ist cool so, das stimmt schon. Und das meine ich aber nicht hin. Wenn du dir die Zeit lässt, das Spiel so ein bisschen wirken zu lassen und jetzt nicht der Hauptstory so hinterher hetzt, dann ist das ein ganz anderes Spiel. Ich meine auf YouTube jetzt, die Aufrufzahlen, ja, ich werde das, also ich habe jetzt auch, ich habe jetzt ein Video aufgenommen, wo ich die Mantis geholt habe. Da wollte ich eigentlich ein paar so Loot-Sequenzen. Da musst du noch einen Click-Bick-Titel. Bester, bestes Raumschiff. Nee, da musst du es kompakter halten, als ich das jetzt habe. Ich will ja nicht erklären, wo man die Mantis findet, sondern wo ich die Mantis-Mission mache. Naja, klar. Ja, das ist aber über eine Stunde. Das ist auch wieder so ein, das ist jetzt ungewollt über eine Stunde. Aber ich habe schon gesehen, ich habe gerade geguckt gehabt, was bei dir so abgeht und sah, dass tatsächlich das letzte Starfield-Video ist 10 Stunden alt und hat 750 im Gegensatz zu eine Sunkenland oder etc. Du guckst dir die Sunkenland an, ja, das ist krass. Das ist krass, ja. Ich erinnere mich an Rust. Also jetzt heute zum Beispiel, die Folgen von heute, Sunkenland, 4.500 Aufrufe und ein Starfield hat nicht mal 700. Das ist halt, ich sage ja, die Leute interessiert, also wenn mich jetzt auf was die Leute interessiert. Und ich muss auch sagen, ich fände es auch irgendwie langweilig, einfach die Story durchzuziehen. Also ich möchte es jetzt so machen, wenn ich irgendeine schicke Mission habe, dann nehme ich die auf. Weißt du, wenn ich jetzt das Gefühl habe, hier geht es ab, dann würde ich das mitnehmen. Aber ich finde, dass die, das sollte jeder für sich spielen. Das ist so ein Spiel. Ich finde Starfield, klar, auch im Stream durchaus interessant, aber dann eher so auf Erkunden. Weißt du, wo halt das Unerwartete passiert, anstatt jetzt die Story zu spielen. Also finde ich jetzt irgendwie nicht so spannend. Und das habe ich ja in den ersten sieben Folgen gemacht. Aber es war halt der Release-Tag, weißt du, da wollte man halt gucken, was drinsteckt. Ja, klar. Ja. Dann biegt man eigentlich nicht ab. Aber Sunkenland, ja. Meine Frau ist in Sunkenland versunken. Die hängt jetzt da fest. Die ist ja zonken in Sunkenland. Die hat Sunkenland, ja. Man kann ja die Angriffe auf die eigene Basis abschalten, die ist sehr anspruchsvoll, ist in Sunkenland. Also das wird später hinauskommen, so nur noch mit Granaten und allem drum und dran. Da überlebst du nicht mehr so lang. Okay. Also wenn überhaupt. Also es gibt, ich hatte jetzt diverse Kommentare gelesen von Leuten, die die Gegner dann abgeschaltet haben. Oder ich hatte es ja dann nur mal leichter noch mal probiert. Mal gucken. Wenn nicht, schalte ich es ab. Ich meine, so wichtig für den Angriff jetzt auch nicht. Ich will eher die Welt auch Erkunden. Aber es gehört irgendwie dazu. So ein kleines Tower-Defense-Element. Und ich habe halt in der Nähe der Händlerin gebaut. Und dann haben die Leute geschrieben, ja, muss ein bisschen aufpassen. Weil wenn die später richtig in großen und in stärkerer Formation kommen, dann steigen auf die Händlerin, nutzen die als Basis und werfen die Granaten drüben in die Basis. Da ist nämlich die Basis nicht mehr da. Okay. Deswegen habe ich schon gesagt, die erste Wall wird zur Händlerin hochgezogen mit Stahltür. Da muss ich jetzt mal die Ofenzahl erhöhen. Da muss ich mal die Schlagzahl am Einschmelzen erhöhen. Und weißt du jetzt nur schon, ob man eine Art Automatikgeschütze machen kann oder so? Ja, scheint es zu geben. Gibt es ja? Habe ich gelesen irgendwas. Ja, scheint es zu geben. Weil ich hier gerade Zankenland-Wiki einfach mal reingucke. Ja, ja. Ich glaube, das ist ab Stufe 3 oder 4. Oder wenn es zum Strom kommt, meine ich. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie gut das umgesetzt ist. Aber es ist mir jetzt erst mal zweitrangig. Weil im Moment bin ich noch im Anfangsspiel drin. Ich finde es gut. Es hat Verbesserungspotenzial an vielen Ecken und Enden. Aber ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Wir haben jetzt, glaube ich, das dritte Mal über Starfield und dritte Mal über Sankenland gezwungen. Ja, stimmt wohl. Aber in dem Sinne hat es halt Potenzial. Sankenland, meine ich. Ja. Geil. Wollten wir jetzt am Zocken am 16. Ich suche Sankenland-Wiki und erst, ist das ein Video von dir am besten noch? Nee, tatsächlich nicht. Tut mir leid. Aber der dritte, vierte Link ist Indie Games Inside. Ja? Ja. Gutes Spiel. Finde ich gut. Finde ich gut. Indie Games, hier von Slash, ne? Ja, ja. Achso, ja. Sollte ich das nochmal erwähnen? Ja, ja, natürlich. Grüße. Nee, nee. Ich kam nicht so rüber, als wenn es jetzt... Long time no here, my friend. Ja. Melt you. Yeah, Sankenland ist wirklich, ist gut. Wie gesagt, wir wollten ja das am 16. spielen. Nächste Woche ist es soweit. Nächsten Samstag. Nächsten Samstag. Abend. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich keinen... Geil, wir spielen mit Sankenland. Das finde ich gut. Das haben wir das jetzt mal abgesprochen. Ja, okay. Was denn jetzt? Ja, nee, das ist der Zettel halt. Der fehlt mir. Ja, mach mal Zettel für den Podcast. Das ist genau der Punkt. Wir haben das abgesprochen und dann war das für mich klar, weißt du. Und dann streiche ich das aus meinem Gedächtnis. Und dann kann das halt zu so einer Situation kommen wie jetzt. Jetzt. Und dann stehe ich halt wieder da als der... Ja. Als der wäre ein Idiot. Nein, ein bisschen nicht. Ein bisschen schuldig. Aber da sind wir ja beide in guter Gesellschaft. Das ist alles geiler. Ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, Starfield hatte ich Spaß. Das war wirklich ein Erlebnis so, wo ich dann gestern Abend auf der Couch noch gesessen habe und habe gesagt, oh cool, jetzt hätte ich... Und dann ist mir eingefallen, dass ich einen Game Pass habe. Als ich damals Xbox geholt habe, habe ich doch hier so irgendwie für drei Jahre Xbox Game Pass konnte man doch irgendwie relativ günstig schießen. Mhm. Dann habe ich mir da Starfield runtergeladen und dann weiß ich, dass ich abends statt auf dem Handy zu surfen, kann ich mich nochmal kurz an die Xbox setzen und irgendeine Mission machen. Ah, ja. Ja. Mal gucken, wie es läuft auf der Konsole. Ich weiß nicht, wie es da... 30 FPS habe ich gehört. 30 FPS, ja, das ist schon echt. Also beim so rumlaufen ist es wahrscheinlich eher so Wumpe, aber... 30 ist ein bisschen wenig. Ich gucke es mir mal an. Ja. Bin ich gespannt. Nächste Folge reden wir über Starfield auf der Konsole. Naja, jetzt komm. Brauchen wir wieder andere Themen. Ja. Zum Beispiel in Filofax. Da haben wir zum Beispiel gar nicht drin. Aber Handschrift und Notizen gehört das ja dazu. Handschrift und Notizen ja auch richtig. Ja. Ne, auf jeden Fall hat es, war so mein, mein erstes so, geht so. Hat an dem Abend einfach Spaß gemacht. Aber das heißt, es sind immer noch keine Kaufempfehlung. Das müsst ihr selber wissen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, holt es euch. Aber es ist jetzt auf jeden Fall, brauchst du noch ein bisschen Liebe. Schliff. Ja, entweder durch Mods oder durch, äh... Devs. Devs oder Devs. Innerhalb von den Bienen muss es richten. Heute hatte ich irgendwas gelesen. Die Entwickler verlassen sich viel zu sehr auf die Modding-Community. Ist so, ne? Stimmt. Ich finde es irgendwie schon ein bisschen schade, so. Ich meine, ein Spiel, wo man einen Ego-Shooter hat oder auch einen Raumschiff fliegt und da gibt es kein Field of Views leider. Also, hier, Sichtfeldeinstellung, für die darauf Wert legen, dass man es so nennt. Ähm, weißt du, was ich meine? Das ist doch irgendwie... Warum? Ist jetzt kein Beinbruch, geht über eine Inni, aber muss das sein? Nee. Also, finde ich nicht. Nee. Gebt mir doch nicht das Gefühl, als hättest du gerade die Daten von Xbox. So, ob das berechnend ist? Scheiße, jetzt haben wir den Field of View vergessen. Ach, lass, mach dich keinen Stress. Morgen haben die Modders drin. Nein, das glaube ich nicht. Dann kopieren wir das raus und dann haben wir es fertig. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, es ist ja nur ein Schalter. Es ist ja nur... Es ist ja ansteuerbar. Also, die Engine kann es ja. Ich meine, ein Großteil der Veränderungen, die ich jetzt gemoddet habe, das klingt so hochtrabend, ist wirklich eine Datei, wo in einer Inni einfach so ein paar Sachen stehen, wie Field of View gleich 90. Oder, wenn Loot-Taste drücken, dann mach 0,3 Sekunden, also mach die Verzögerung raus aus dem Looten und solche Sachen. Und das sind einfach so Dinge, ich verstehe es halt nicht, warum man es nicht ins Spiel bringt. Das ist ja wohl kein Beinbruch. Wollte man es schön minimalistisch halten, weißt du? Oder wollte man den Look and Feel einer Konsolenversion, einer PC-Version zugleich gestalten, damit der Spieler sich nicht umgewöhnen muss? Ne? Was wollte man? Naja. Aber am Anfang war... No Man's Sky war ja auch so... Irgendwie so eine ganz hässliche, komische... Also, Field of View war ja auch ganz blöd bei No Man's Sky damals, als es rauskam. Da kann ich mich noch an Now erinnern. Konnte man auch nicht einstellen? Könnte man... Meine ich nicht. Meine ich nicht. Kann sein, ja. Kann gut sein. Ich weiß nicht mehr. Aber who am I? Ich weiß nur, dass wenn du bei No Man's Sky in der Galaxie springst mit diesen Sternen, mit diesen... Weißt du, diese Sterne, die sich schnell bewegen, da gibt meistens die Streaming-Qualität hart auf. Das war alter Wisser, hast du nur noch Matschel, hast du da gesehen. Naja. Das stimmt wohl. Na gut. Wollen wir mal... Wir haben jetzt... Wir könnten das Protokoll... Ne Quatsch. Zumindest die letzten Zeilen können wir unten dran kopieren, weil über das gleiche haben wir das letzte Mal schon gesprochen. Wirklich? Freuen wir das? Wir werden sehen. Nein, aber ich fand es sehr erfrischend und habe gemerkt, dass ich Spaß mit dem Spiel habe und deswegen finde ich es... Ich finde es spannend. Und ich finde Mods sind ja auch wieder spannend. Da kann ja noch was reinkommen, was man gar nicht weiß. Ich finde es gut, vor allen Dingen, weil es ein Singleplayer-Spiel ist und du da Bock drauf hast. Finde ich gut. Jo. Weil das ja meistens nicht so ist. Aber es ist wirklich dieses, weil man die Freiheit hat, was zu erkunden. Auch wenn es jetzt vielleicht wahrscheinlich, wenn ich jetzt in zehn Planeten frei angeflogen bin und erkunden, hast du wahrscheinlich immer das gleiche Raumschiff, was aus der Erfernung landet und die Basis, die man durch Zufall findet, die vielleicht anders gestaltet ist, aber... Das mag sein, ja. ... jetzt nicht viel Abwechslung bietet, außer ein bisschen Loot. Also im Moment bin ich halt auf dem Motto, wo ich mir denke, oh, was können wir jetzt noch entdecken? Gibt es noch irgendeine geheime Tür, die wir öffnen können oder so Sachen? Weißt du, das ist so diese Easter Eggs zu finden und vielleicht zu erleben. Und wenn nicht, klopft bestimmt Entschroutet oder Under Rock an. Das wäre schön. Auch. Das wäre schön. Das wäre auch schön. Können wir gerne machen. Jetzt sumpt mein Handy nebenbei und meine Mama ruft an. Mama, ich muss sie zurückrufen. Geh halt. Das wäre ein bisschen frech. Nein. Nein. Soll ja nicht. Ähm. Sie gibt auch nicht auf. Nein. Nein, nicht. Komm, denn hier, pass auf. Ich habe ein, äh, hast du ein Video? Ähm, boah, da hast du mich, da hast du mich abgehängt. Also diesmal machen wir einen Link. Beim letzten Mal habe ich es ja so ein bisschen verquatscht, weil ich fand, dass wir sehr lange und sehr gut gesprochen haben. Ja. Ähm, heute ist mehr so semi. Nein, macht Spaß. Ähm, ein Video. Ja. Ich finde, äh, das Video ist auch eine Lobhudelei auf, ähm, nee, ist es nicht, aber es erklärt das, äh, was ich so ein bisschen versuchte auch wiederzugeben und das konnte ich, das gab mir irgendwie eine neue Perspektive, ähm, auf das Spiel und das kann ich nur bestätigen nach dem Abend von gestern Abend, weißt du? Also da war es, war es ein anderes Erlebnis, als es die Tage war. Mhm. Ähm, ein Video von Jeremiah Rose, den habe ich früher geguckt, da habe ich selber noch gar kein YouTube gemacht und der macht seit einiger Zeit wieder Videos und der macht immer sehr gute Refuse, der macht eine fantastische RimWorld-Reihe, den haben wir auch schon mal empfohlen hier, unserer, ich glaube auch, ja, den haben wir schon mal empfohlen. In unserer, ähm, unserer Podcast-Reihe hier. So. Warum ist das hinten dran, haben wir immer noch nicht geklärt, ne? Egal. Nee. Ähm, Starfield ist fantastisch, hat er gesagt, ähm, spielt das Ganze in komplett Englisch, das ist jetzt für das Video weniger relevant, aber, ähm, der hat auch so ein paar Sachen erklärt, wie er es sieht und wie er am Anfang dachte, was er ist für ein Typ, also, weißt du, der Star Citizen-Typ und dann gemerkt hat, als er das Spiel gespielt hat, dadurch, dass er das, ähm, so spielen kann, so variabel spielen kann, dass ihm das gut gefällt, dass ihm das, weil das er auch unheimlich, weißt du, er hat gesagt, er hat abends hat er zwei, drei Stunden Zeit zu zocken und dann will er halt nicht ewig Zeit mit verbringen, wie er im Landeanflug. Und deswegen kann er es so spielen, wenn er es will. Ja. Und das macht ihm Spaß und das fand ich irgendwie, das kann man eigentlich so sehen. Also, das kann jeder anders sehen, aber ich finde, er hat ganz gute Ansichten in seinem Video und das Video ist gut gemacht. Punkt. Ja. Punkt. Ich hab jetzt, ich hab nur einen und witzigerweise hab ich den heute erst irgendwie bekommen, dieses Video. Das ist eine Band und die heißt Dogstar und das Lied heißt Breach und das ist die Band von, ähm, Keanu Reeves. Ah, okay. Der spielt ja Bass. Mhm. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Die Mucke gefällt dir? Die gefällt mir wirklich gut. Schöner Rock, also wirklich schöner. Klassischer Rock. Klassisch, aber vorantreibend. Mhm. Fast schon Stoner Rock, so ein bisschen. Ja, find ich richtig gut. Also nur mal so. Gut. Dogstar. Dann würde ich sagen, lassen wir es auch heute. Wir müssen ja nicht immer 5 Millionen Links reinmachen. Letztes Mal hatten wir keine. Jetzt sind wir mal zumindest drei. Aber es ist ja cool, wenn ihr uns mal sagt, vielleicht bei X oder bei YouTube, ob ihr das überhaupt, ne, lest und, äh. Genau, wie wichtig. Wie wichtig findet. Die Inhaltsangaben. Ja, genau. Ja. Weil an sich, dann müssen wir es nicht machen, dann können wir jetzt hier ausmachen, jeder geht seine Wege und dann der Rest wieder über den Anwalt. So, mock we that. Genau. Nun gut, hat mir Spaß gemacht. Wir haben auch ein paar andere Themen drin gehabt und, ähm, ich find's eine gute Folge. Themen, inhalts technisch. Zumindest. Punkt. Nicht übertreiben. Schön diplomatisch. Stimmt, das hatten wir auch als Thema, richtig. Diplomatisch sein. Nun gut, ähm, ja, zockt ihr Starfield, habt ihr selber Bock drauf, spielt ihr auch Sunken Land, spielt ihr mit Angriffe, ohne Angriffe, könnt ihr alles mal in die Kommentare packen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bleibt gesund. Äh, ja, genau, von meiner Seite auch. Bleibt gesund, passt auf euch auf und, äh, lasst euch nicht, äh, vom Hasen jagen. Bis denn, ich winke.